Hallo, herzlich willkommen in diesem schönen Stückchen Wald. Ich bin hier auf dem Mont Pellerin, das ist über dem Genfsee. Ein Hügel oder Berg und hier oberhalb vom Wald ist ein Grundstück, da sind wir jetzt für zwei, drei Tage. Es gehört zum tibetisch-buddhistischen Kloster, das hier oben ist. Mein Partner hat hier, also Oliver hat hier eine Wohnung und hat lange hier gearbeitet, gelebt und jetzt vielleicht wird es der Ort, wo wir in Zukunft auch leben werden. Jetzt habe ich gerade diesen Wald entdeckt und zwar wirklich gleich unter dem Grundstück. Und das ist sehr schön. Und von hier aus möchte ich jetzt gerne das Channeling machen. Ich verbinde mich mit der Mutter des Lichts und du kannst dich auch ganz mit ihr verbinden. Von Herz zu Herz. Sie sagt, ich grüsse dich von Herz zu Herz. Ein reines Licht, das dich berührt. Ich, die Mutter des Lichts, erkenne die Verbindung. Es ist ein ganz helles Licht, das uns verbindet. Und ich berühre dich inmitten deines Herzens. Mit meiner Liebe. So dass du ganz klar und rein erstrahlst die Tiefe, das Licht wahrnimmst. Das Licht wahrnimmst. Ich freue dich über diese Berührung und erkenne die Klarheit, die daraus entsteht. Und nehme wahr, wie das Licht sich ausdehnt. Durch deinen ganzen Körper und weiter über deine Körpergrenzen hinaus. So dass du ganz weit und leicht bist. Und entscheide dich jetzt für diese Leichtigkeit. Für deine eigene, reine Energie. Das Licht sollte dir das Licht fallen ausmachen. Oder wie das Licht怎麼樣. Nehme dir einen Moment und bade in deinem Licht. Dann hier findest du dich selbst. Und in diesem Moment erkennst du, du erkennst dein wahres Selbst, das was dich ausmacht, hier zu sein, die Energie, die du bist. Und alles, was in deiner Vorstellung als richtig oder als falsch wahrgenommen wird, geht so wie aus diesem Feld, aus deinem Feld. In diesem Moment erkennst du deine eigene Wahrheit. Die Wahrheit, die Energie, das Licht. Und ich schenke dir ein ganz strahlendes Feld. Deinem ganzen Energiekörper, durch all deine Zellen, durch all deine Körper, schwingt die reine Liebe. Und dehne dich noch weiter aus. Doch bringt alles. Und der Körper, der physische Körper. Dehnt sich innerlich aus. So, dass auch im Körper eine ganz, ganz... zarte Energie, eine ganz feine Energie, eine ganz feine Energie, die Materien durchbringt. Und eine noch tiefere Ausdehnung stattfindet. Und du erkennst dich, diese Energie ganz in deinem Körper. Ganz präsent. Ganz präsent. Und ganz verbunden mit der Mutter Erde. Ganz präsent. 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 Vertraue deiner eigenen Schwingung, der Verbindung zur Erde. Vertraue deinem Herzen und gehe immer wieder in diese Verbindung. Ich behüte dich im Leben, die Mutter des Lichts. Sie verneigt sich. Ich bedanke mich. Mit dieser Energie gehen wir jetzt weit. So ein Alltag. Ich hoffe, der Helikopter war nicht zu laut. Die gibt es auch hier. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020